Battlefield 4 Battlefield 4 bietet dir so viele verschiedene Möglichkeiten, dass du deine Spielweise völlig frei wählen kannst. Ob du nun als einsamer Wolf dein eigenes Schicksal selbst bestimmen oder in deinem Fünf-Mann-Squad mit Freunden durch Teamwork den Gegner überwältigen willst. Übernimm die Führung im Commander-Modus, indem du den Squads am Boden Anweisungen geben und mit mächtigen Zusatzfähigkeiten unterstützen kannst, um den Ausgang der Schlacht entscheidend zu wenden. Zehn verschiedene Maps und sieben spannende Spielmodi, die Spieler auf neue Weise herausfordern, vergegenwärtigen das Ausmaß von Battlefield 4. Von den intensiven Nahkämpfen auf Operation Locker bis hin zu den epischen, riesigen Schlachten auf Golmud Railway. Auf ein Feature in Battlefield 4 sind wir besonders stolz. Von den ganz großen Momenten bis ins kleinste Detail. Die Umgebung verändert sich durch deine Handlungen und verändert die Spiellandschaft auf atemberaubende Art und Weise. Schalte den Strom aus, um deinen Gegner im Dunkeln zu überraschen oder lasse einen ganzen Wolkenkratzer in Shanghai einstürzen. Zerstöre einen Damm, um eine ganze Stadt zu überfluten und erschaffe mit deinem Panzer diverse neue Wege durch Gebäude. Du kannst sogar einen Zerstörer auf eine Insel auflaufen lassen. Seit Ewigkeiten ist Battlefield der Genremaßstab im Bereich Fahrzeugkampf und Battlefield 4 hebt die Messlatte noch einmal an. Beherrsche das Land, die See und den Luftraum mit einem riesigen Arsenal von Fahrzeugen, die dir die Möglichkeit eröffnen, deinen Feind zu überwältigen. Personalisiere deine Ausrüstung so weit wie nie zuvor, um dich an sich ständig verändernde Gegebenheiten auf dem Schlachtfeld anzupassen. Du kannst nicht nur deine persönliche Ausrüstung verändern, auch Fahrzeuge haben einen persönlichen und tödlichen Touch. Battlefield 4 ist eine wirklich globale Erfahrung. Und mit Battlelog kannst du deine Freunde nun mit eigenen Missionen herausfordern und jede Statistik, jeden Sieg und jeden Moment festhalten, indem du den Tod von der Schippe gesprungen bist. In Kombination mit dem Spectator-Modus ist Battlefield 4 ein mächtiges Werkzeug für wettkampfbetonte Spieler, Fans und Filmemacher. Von reinem Infanteriekampf zu riesigen spektakulären Schlachten hast du die Freiheit mehr zu tun und mehr zu sein. Nur in Battlefield 4.